Sabine von Maidel ist eine deutsche Schauspielerin und Autorin. Leben Sabine von Maidel ist Tochter des Regisseurs Rolf von Maidel und der Schauspielerin Gisela Höter. Sie besuchte nach der mittleren Reife eine Sprachenschule. Bereits im Alter von 13 Jahren arbeitete sie als Synchronsprecherin. Nach weiterem Sprechunterricht bei Ellen Wiedmann und Rosemarie Fendel nahm sie Schauspielunterricht bei Jacques Lecoq und Philipp Gaulier in Paris. Sie erhielt Engagements am Schauspielhaus Zürich, am Schauspiel Bonn, am Modernen Theater, an der kleinen Komödie und am Theater am Einlass in München sowie am Theater des Kapuins in Luxemburg, wo sie in Heiner Müllers Quartett die Merteu, in der Regie von Franz-Josef Heumanns Kemper, spielte. Sie unternahm mehrere Tourneen und war bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel engagiert. Von Oktober 1984 bis März 2014 war sie mit dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph verheiratet. Sie hat eine Tochter, Onalea von Maidel, die ebenfalls Schauspielerin ist, und einen Sohn, Davide Lino von Maidel. Schriften Geschichten von Männern und Frauen Belleville, München 1999 ISBN 3-933-510-45-7 Hermann Z. E. German The Scorpion Here I am Geschichten eines Rocklebens Erzählt von Hermann Rarebel Geschrieben von Sabine von Maidel Hermanns World Publishing London 1996 Auszeichnungen 1975 Bambi 1977 Goldene Rose TZ